Die folgende Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Die unendliche Kraft, heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Göttin von den Uranen erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen. Er hob die Göttin, die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihren verbleibenden Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wieder hergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Und damit... Ho! Und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Quenglosaurus nennen, wenn ihr das möchtet. Und mit diesem Let's Play schließe ich direkt an mein neues Lieblings Zelda The Legend of Zelda Twilight Princess an. Ich war vollkommen begeistert von Twilight Princess. Ich weiß, das hier ist ein ganz anderes Spiel. Ich weiß, es hat andere Kritiken erhalten. Aber ich habe noch so sehr Bock auf Zelda, dass ich hier keinen Tag Pause machen möchte. Ich möchte dieses Spiel direkt anschließen und mir das auch anschauen. Ähm, ich möchte es jetzt natürlich nicht die ganze Zeit mit Twilight Princess vergleichen. Das Spiel hat eine ganz eigene Bewertung verdient und ich möchte unvoreingenommen rangehen. Es ist von 2011, also ein richtiges Classics Spiel mit 5 Jahren. Und ich freue mich extrem darauf. Dieses Spiel ist komplett blind für mich. Ich habe eigentlich, na, ich habe 1, 2 ganz kurze Szenen draus gesehen. Aber eigentlich ist das noch nicht mal Gameplay gewesen. Also ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß nur, dass mich ein Spiel erwartet, das von der Steuerung her eben nochmal auf die Wii ausgelegt ist. Und ich merke auch gerade, es ist doch noch ein bisschen schlodderig hier. Ich muss mich wahrscheinlich dran gewöhnen. War bei Twilight Princess nicht anders. Ich fange einfach mal an. Neues Spiel. Tja. Ne, ich heiße nicht Link. Eigentlich werde ich das zwar ganz gerne, aber ich kann das nicht machen. Ich habe ja einen anderen Namen. So. Huch. Das fühlt sich wirklich etwas komisch an. Äh. Komm, geh runter. Hm. Mhm. So. Also ich weiß zum Beispiel, dass wir hier einen neuen Begleiter haben. Einen ganz anderen Begleiter als in Twilight Princess. Ähm. Und der hat sehr unterschiedliche Kritiken erhalten. Aber ich möchte mir nichts vorweg nehmen lassen. Aber ich hoffe, dass ihr genau wie in Twilight Princess mit mir zusammen spielt. Wow. Wow. So. Ein Waldwurm. Ah. Der 25. Jahrestag von Zelda dazu ist das wohl erschienen. Das wusste ich gar nicht mehr, aber jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir es. Gonk inconsistent. Geoff. Duecke. Duecke. Und duicher. Trev stein. Du schiffst. In die Frau. Duest Например. Dichke. Du cor我是 AC. Ich bin jetzt schon verliebt in den Soundtrack, kann ich euch gleich sagen, geil. Keurex, Zeit, deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon wirst du einem großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens, Keurex. Keurex. Bis jetzt noch etwas verwirrend, aber ich mag den Beginn des Spiels. Diese Story, die wir gerade gesehen haben, ist schon sehr schön episch erzählt. Oh, und das ist wohl unsere Wohnung. Und das ist ein Vögler. Hallo. Der hat... Das ist der unfreundlichste aller Postboten. Sehr viel Mimik, muss ich sagen. Das gefällt mir gut. Du Schlafmütze, sicher liegst du noch in den Federn, wenn dich dieser Brief erreicht. Genau so ist es, oder? Guten Morgen, Keurex. Schon das zweite Mal in kurzer Zeit, dass ich Link als Schlafmütze entdecke. Ist ja in Link Between Worlds auch nicht anders. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Ist doch auch langsamer geschrieben extra, auch im Brief. Zelda. Ach, das war von der Zelda. Echt? Der kennt die Zelda schon? Krass. Muss gar nicht erst vorgestellt werden. Aus. Ich mag das, wie viel Mimik da drin ist. Ist ja irre. Ist ja irre. Also das hier ist meines Wissens das erste Zelda-Spiel, das originalerweise für die Wii erschienen ist. Twilight Princess gibt es ja auch auf der Wii. Allerdings ist das ursprünglich für den Gamecube erschienen. Das bedeutet, das hier ist das erste Mal mit der Technik der Wii erstellt worden. Und vielleicht haben sie sich deswegen auch gedacht, wir machen was Neues, wir bringen richtig Mimik rein. Ich bin sehr gespannt auf dieses Spiel. So, jetzt kriegen wir auch nur deutliche Anweisungen. Wir haben hier eine Karte. Oh ja, das wird auch gleich schön angezeigt. Oh je. Ich fürchte, die Steuerung ist sogar noch schwammiger. Tatsächlich. Als die von Twilight Princess. Na gut. Erstmal nicht meckern, das werden wir schon herausfinden. Dann haben wir hier die Ausrüstung. Ja, bis jetzt ist es noch nicht viel. Da ist doch ein Geldbeutel, oder? Kleine Geldbörse. Böse. Das ist die Geldböse. Und, was macht die? 300 Rubine kann ich momentan halten. Und ansonsten weiß ich noch gar nicht, was ich hier so... Ui, das sieht... Ach, es gibt wieder Käfersammlungen. Krass. Sehr schön. Das mag ich. Das war das letzte Mal eigentlich ganz cool. Und ansonsten, keine Ahnung. Es scheint eine Unmenge von Sachen zu sammeln zu geben. Das werden wir wohl noch herausfinden müssen. So. Wir setzen uns auf den Schul. Spiel zu Ende. Macht's gut, Leute. Nein, war natürlich nur Quatsch. War nur Quatsch. So, was haben wir hier noch? So sehen wir uns offenbar um. Hm. Ah. Uh. Ich glaube, ich muss das noch mal ein bisschen kalibrieren, damit es noch ein bisschen empfindlicher ist. Aber, erst mal gehen wir hier aus der Tür und schauen uns an, was hier so passiert. Liebe Leute, das wollen wir uns doch schon mal anschauen. So. Ähm. Mal schauen. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang gehen soll. Deswegen haben wir ja unsere treue Karte. Ähm. Wir könnten erst mal hier lang gehen. Boah. Hier. Seht ihr, wie das wackelt? Blah. Ähm. Das ist, weil ich so zittrig bin. Ähm. Vielleicht zu viel Kaffee. Ist alles abgeschlossen hier? Na gut, wir probieren einfach mal die Türen aus. Moment mal. Ich kam aus diesem Raum. Dann gehen wir noch nicht hoch, sondern schauen uns das hier erstmal an. Hallo. Ja. Morgen, Jungs. Na, bist du auch bereit für die Vogelreiterzeremonie heute? Die anderen bereiten sich alle schon draußen auf dem Dorfplatz vor, aber du scheinst ja die Ruhe selbst zu sein. Aber dein, äh, Kamin... Kaminroter Wolkenvogel ist ja auch ein tolles Tier. Ja. Ich habe die Vogelreiterzeremonie zwar beim letzten Mal gewonnen, aber... Ob mein Vogel eine Chance gegen deinen hätte? Ha. Doch denk daran. Ein Vogel ist nur so gut wie sein Reiter. Ich verbringe jeden Tag mit dem Studium der Vögel. Ha. Wenn du also mal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Kuckuck dein Mann. Er scheint nicht unfreundlich zu sein. Ein bisschen großkotzig, aber er ist nett zu uns. Großkotzig ist nicht so schlimm, da gibt's Schlimmeres. Ähm. Anvisieren geht so, umsehen... Ach, das ist Anvisieren. Ah, okay, okay. Eigentlich genauso wie im anderen Spiel auch. Huch, was, warum habe ich... Was, was, warum leuchte ich jetzt gerade so ein bisschen? Ist das... Ach, das ist meine Ausdauer, hä? Ja, ich verstehe. Die lädt sich bestimmt gleich wieder auf. Ah, ja, ich verstehe gut. Okay, hallo du... Der Elfenkönig. Elbenkönig. So, Kurex. Der große Tag der Vogelreiterzeremonie ist also endlich gekommen. Erinnere dich an meine praktischen Lektionen und den Unterricht von Meister Tütor und gib dein Bestes. Du hast keine Augenbrauen. Wo wir gerade davon sprechen. Weißt du noch, dass du dich durch Drücken von C umsehen kannst? Ja, hat mir die Gebrauchsanweisung schon gesagt. Drücke einfach C, wenn du dir etwas genauer ansehen möchtest. Ja, wenn Schule immer so einfach wäre, ne? Das sieht ja nach einer Schule aus hier irgendwie. Ich hätte mir als Kind gewünscht, dass meine Schule solche Unterrichtsstunden hätte. Und wenn sich der Zeiger verschiebt, zeige mit der Wii Fernbedienung auf dem Bildschirm und drücke Steuerkreuz nach unten. Wieso verschiebt? Äh. Zentrieren. Ah. Ah, okay. Okay. Damit kann ich also... Ah, so kann ich das quasi neu kalibrieren. Ähm... Hm. Das hat Twilight Princess nicht benötigt, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich finde ehrlich gesagt, dass Nintendo mit den alternativen Steuerungsmöglichkeiten oft nicht optimal umgeht. Ähm... Zum Beispiel auch beim 3DS, Zimmer von Kyrex. Ach, es wird angezeigt. Das ist nett. Aber wir wollen, wie gesagt, nicht meckern. Bardo ist reich. Ist abgeschlossen. Scheiß Bardo. Mann, Arschloch. Ähm, gehen wir mal hier rein. Rex und... Was für ein Zimmer? Und Struhs. Ne, Rugs. Haha, der heißt fast so wie ich. Der ist ja witzig. Der ist der... Struh. Wer ist der Struh? Ist das ein Männenname? Gruus. Gruus Zimmer. Da können wir bestimmt auch nicht rein. Ne, natürlich nicht. Natürlich nicht, meine lieben Leute. Hier geht's wahrscheinlich raus, hm? Öffnen. Ja, ich denke mal, da geht's raus. Erst die kleinen Türen. Oh, was willst du denn? Hast du da gerade reingespuckt? Nein, du versuchst es anzuheben. Guten Morgen, Kyrex. Heute ist der große Tag der Vollreiterzeremonie. Ich wollte ja auch teilnehmen, aber ich habe die Qualifikation nicht geschafft. Deshalb bleibe ich hier und muss diese Fässer in den Speisesaal schleppen. Dabei wollte ich dich doch so gerne fliegen sehen. Tja, nichts zu machen. String dich an. Ich drück dir fest die Daumen. Der scheint auch nett zu sein, auch wenn er so ein bisschen tölpelig wirkt. Hm, oh, wie schön meine Rubine da glitzern. Okay, pflück. Einmal aufmachen. Okay, was haben wir hier? Ein Klo. Ja, endlich mal schön auf dem Klo sitzen. So, liebe Leute, damit ist der Part beendet. Ach, der Link braucht noch mal ein paar Minuten. Nein, ich lasse das jetzt einfach 15 Minuten durchlaufen. Ich hoffe, irgendwann packt er ein Gameboy aus und fängt an so ein bisschen zu zocken, sonst wird es hier langweilig. Das sieht wirklich nicht gut aus. Oh, er ist auf dem Klo eingeschlafen. Okay, ein bisschen witzig. Ich war ja bei irgendwas. Okay, hören wir mal lieber auf. Ja, das ist ein bisschen gespacklos, Link. Oh, er hat sogar gespült. Der hat seine Hose nicht runterge... Link. Link. Oh, Mann. Na gut, ich helfe dir ein bisschen. Der hat gerade Jupp gemacht. Wie werfe ich? Ich kann nur ablegen. Na gut, nehme ich es halt mit. Okay, es fängt ganz witzig an. Deutlich heller insgesamt als Twilight Princess. Aber Twilight Princess war ja auch eher die Ausnahme. So, ähm... Oh, was haben wir hier? Hallo. Wo steckt nur dieser Gruß? Er sollte mir Fässer bringen, aber er will einfach nicht beikommen. Wo bleibt er nur? Ja, der ist, glaube ich, ein bisschen zu schwach für deine Fässer. Tut mir leid, mein Freund. Du wirst wohl ohne Fässer auskommen müssen. Kann ich die Fässer hierher bringen? Vielleicht kann ich ihm ja helfen. Ja, das kann ich. Wupp. Wow. Uh, GX. Willst du mir etwa helfen? Ja, gern. Danke. Also dann... Könntest du dieses Fass für mich in den Speisesaal tragen? Du scheinst ja zu wissen, dass man manche Dinge hochheben kann, indem man A drückt. Drückst du A erneut, kannst du sie wieder abstellen. Zeige mir mit der Wii-Fernbedienung nach oben und bewege sie ruckartig, während du einen Fass trägst, um es wegzuwerfen. Kleinere Dinge wie einen Krug kannst du auch rollen, indem du einfach mit der Wii-Fernbedienung nach unten zeigst und sie ruckartig bewegst. Äh. Dieses Fass springt und bringst du aber bitte heil im Speisesaal an. Ja, okay. Also immer schön vorsichtig sein. Solltest du vergessen haben, was ich dir eben erklärt habe, drücke 2. So wird dir angezeigt, welche Aktion du im Augenblick ausführen kannst. Das ist wirklich sehr praktisch. Ja, es ist tatsächlich praktisch, denn ich weiß es jetzt schon nicht mehr so genau. Tipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipptipp Hier, Nummer 1. Danke, Q-Rex. Das ist nett von dir. Eigentlich sollte das ja ein Gruß erledigen, aber... Ach, soll's. Du hast heute einen wichtigen Tag vor dir und hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Ja, gib mir Geld. Gib mir Geld. Ach, Mann. Der will mir kein Geld geben. Dann mach ich's lieber kaputt, oder? Ist das ein Kerl oder eine Frau? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaub, es ist ein Kerl. Ähm, das kann man nicht so wirklich unterscheiden bei den Himmelsbewohnern. Ich frage mich gerade in der Timeline, wo das hier angeordnet ist. Ich bin ja nicht informiert über... Ah, werfen. So. Ja, das war lustig. Ähm, ich bin ja nicht informiert über dieses Spiel, weil ich es, wie gesagt, ganz komplett blind spiele und hab mir auch noch nicht überlegt, ähm, wie es angeordnet ist. In Wind Waker ist ja tatsächlich Hyrule überflutet. Ähm, und ich frage mich gerade, ob das unten immer noch der Falle ist oder ob das in einer ganz anderen Zeit spielt. Ja, ich werfe. Tschu. Ja. Oh. Was machst du denn? Das räumst du schön wieder auf. Oh. Entschuldigung, ich hab's echt kaputt gemacht. Ne, ich mach's. Ich räum's nicht wieder auf. Äh. Ich wollte eigentlich das zweite Fass auch noch. Ja, haha, was ist denn das für ein Benehmen, du frecher Bengel? Aber mach nur so weiter, wenn du eine Woche lang kein Essen haben möchtest. Ne, das ist, glaube ich, eine Frau. Ich glaube, das ist eine Frau. Oder? Bist du eine Frau? Rede mit mir. Ich glaube, das ist eine Lady. Okay, dann ist das eine Lady mit einer sehr tiefen Stimme. Sorry, Leute. Ähm, ja gut, jetzt hab ich leider das zweite Fass kaputt gemacht. Krieg ich jetzt Ärger von dir? Ah. Ne. Vielen Dank, Jurex. Du warst eine große Hilfe. Ich gebe dir dafür die Hälfte meines Tageslohns als Dank. Es ist nicht viel, aber du kannst es sicher gebrauchen. Cool. Ich hab Geld verdient. Du hast einen roten Rubin erhalten. Er ist 20 Rubin wert. Was für ein Glück, Alter. So ein Glück. Ich bleibe hier in der Schule und halte die Stellung. Was die Vogelreiterzeremonie betrifft, drücke ich dir natürlich ganz fest die Daumen. Okay. Ähm. Habe ich hier irgendwas vergessen? Ich glaube, hier war ich noch nicht drin, wa? Ach nee, das ist der... Hier war ich definitiv noch nicht drin. Ich hab einen Orientierungssinn wie ein Kloß. Klöße haben im Allgemeinen einen eher schlechten Orientierungssinn. Aber, äh, ich hoffe, damit kommt ihr klar. Q-Rex! Wenn du zum Dorfplatz willst. Ne, ich glaub, die ist ein bisschen weiter hier. Genau da. Dim, 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 und raus. Immerhin haben wir schon 20 Rubine. Ist ein großer Tageslohn, muss ich mal sagen. Wenn ich mal mit 20 Rubinen belohnt würde. Und das wäre nur die Hälfte. Wow. Das wäre nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Flümp! Okay. Also, dem Namen entsprechend haben wir eben eine Himmelsinsel. Wolkenhort heißt das Ganze. Und die Vorgeschichte hat sich ja schon erzählt. Ähm, man hat die Völker offenbar in den Himmel transportiert. Die überlebenden Völker. Ähm, wir haben es in der Vorschau auch gesehen. Da scheinen Geron und die üblichen Völker dabei gewesen zu sein. Und das scheint unsere neue Heimat zu sein. Und ich finde es eigentlich ganz... Oh, ist da schon... Da ist ein Käfer. Ich hab's gesehen. Jupp. Äh, pum. Hä, wo bist du denn? Ich hab ganz genau gesehen, dass da ein Käfer ist. Äh, aber ich kann, glaube ich, noch nichts mit ihm machen. Das sind doch diese Sammlerstücke, oder? Tja. Oh. Sie sehen ein bisschen merkwürdig aus, die Rubine. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Das sieht so knubbelig aus. Aber ich find sein Modell eigentlich ganz schön. Oh, was war das denn? Cool. Er kann so ein bisschen Wandsprint machen. Ein Parcours-Link. Geilo. Ähm, ich schätze mal, das sieht nach einem Speicherpunkt aus. Untersuchen. Vogelstator. Speichern, speichern und beenden. Nein, wir speichern mal ganz kurz. Äh, bitte betätigen wir. Okay, speichern war erfolgreich. Schön. Ähm. Hey. Hey, Q-Rex, hier. Oh, noch ein L. Guten Morgen, Q-Rex. Heute ist die Vogelreiter-Zeremonie. Wie fühlst du dich? Ich möchte etwas mit dir besprechen. Halte Z gedrückt, sie zu mir und drücke dann A, um mit mir zu reden. Na gut. Und Swip. Genau. Durch Drücken von Z kannst du Ziele anvisieren. Du kannst Personen durch Drücken von Z anvisieren und dann durch Drücken von A mit ihnen sprechen. Wenn es niemanden zum Anvisieren gibt, kannst du Z auch drücken, um wieder nach vorne zu blicken. Aber auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden, also komm doch hier hoch, ja? Das ist ja ganz typisch für alle Zelda-Spiele, dass dieses Anvisieren erst noch erklärt wird. Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Halte A gedrückt und bewege dich, um zu sprinten. So kannst du kleinere Höhenunterschiede überwinden. Okay. Versuch's mal. Kleinere Höhenunterschiede? Das sieht ganz schön hoch aus, wenn ich mal ehrlich bin. Äh, fu- Ah ja. Okay. Aber den Wandsprung hat er doch auch so gemacht, oder? Und? Es ist praktisch durch Drücken von A zu sprinten, oder? Naja, ich kann auch ohne. Wenn dabei deine Ausdaueranzeige leer wird, geht dir jedoch leider die Puste aus. Und wenn sie beinahe leer ist, solltest du dich kurz ausruhen. Und weiter geht's. Über Lücken wie diese kannst du durch normale Bewegung sprinten. Das ist der automatische Sprung. Automatisch. Klingt gut. Gibt es auch seit Ocarina of Time den automatischen Sprung. Fuh. Kennen wir also. Jupp. Hallo, Q-Rex. Bist du auf dem Weg zum Üben für die Vogelreiterzeremonie? Ach. Du bist verabredet? Zelda wartet schon? Hm. Wo du gerade hier bist? Mia, das Haustier von Zeldas Vater, Gepora, unserem Direktor, ist weggelaufen. Jaja, das ist immer so. So rede ich auch mit den Leuten. Ich erkläre immer genau, wer wer ist. Ähm, damit meine Gesprächspartner auch bestimmt nicht verwirrt darüber sind. So als ob die gerade neu ins Spiel reingerutscht wären, sozusagen. Ach. Was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung für die Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Ja, aber ich soll das machen, oder was? Wärest du so gut, Mia zu mir zu bringen? Natürlich mache ich das. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir zu helfen. Also, sie sind alle sehr freundlich. Das gefällt mir sehr gut. Du müsstest hier irgendwo etwas zum Hochklettern finden. Wenn du dich an dem Vorsprung entlanghangelst, dann solltest du aufs Dach kommen. Danke nochmals. Okay, cool. Ähm, ach, da müssen wir jetzt erst irgendwie rüber. Ach so, hier, das meint er mit entlanghangeln. Verstehe, verstehe. Erst nochmal ganz kurz gucken, was es hier noch so gibt. Ach so, ich muss jetzt erstmal dran denken, dass ich mich jetzt anders umsehe, als in dem letzten Spiel, das ich von Zelda gespiegelt habe. So, das dachte ich mir. Er hält sich von ganz alleine fest, wie so ein Starker. Uh, das geht hier auch auf Ausdauer. Das ist ja, das ist wirklich neu. Ähm, könnte mich auch mal ärgern in diesem Spiel. Ich hoffe es nicht. So, einmal anfixieren und... Okay, Link ist also diesmal nicht mehr so fit wie früher. Früher war das so eine richtige Sportskanone. Jetzt hat er einen relativ kurzen Auslauerbalken. Aha, schaut euch das mal an. Das sieht mir schwer nach einem Ziel für einen Entehaken aus, oder? Also für so einen Greifhaken. Können wir uns gleich mal merken für später. Was haben wir da hinten? Ist das ein Rubin oder was? Keine Ahnung. Tüpp. Alles klar. Und jetzt müssen wir A schieben, nehme ich mal an. Hey, Q-Rex! Um auf dieses Dach zu gelangen, reicht es nicht, wenn du durch Drücken von A sprintest. Du hast bestimmt bereits die Holzkiste entdeckt, oder? Stell dich davor und halte A gedrückt, um sie zu verschieben. Sprinte dann durch Drücken von A auf die Kiste zu. Oder halte direkt davor das Steuerdingsner gedrückt, um auf sie zu klettern. Okay, ja, das war jetzt nicht ein besonders schwieriges Rätsel, würde ich mal sagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz... Achso, ich muss tatsächlich drauf zusprinten. Auch das ist eher neu. Aber wir kommen schon klar, denke ich mal. Man muss nicht von sehr weit sprinten. Hallo, Katzi! Oh, man kann sie werfen! Ich habe es gerade genau gesehen, man kann sie werfen. Moment mal. Moment mal. Q-Rex, was machst du denn? Okay, ich darf sie nicht werfen. Schade. Hui! Das wäre doch voll witzig gewesen. Flipp! Hehehehe. Hahaha. Ich habe es weggeworfen. So, na gut, ich bringe es dir zurück. Du hast sie heil zurückgebracht. Vielen Dank, Jurex. Ich werde Mia nun füttern. Sag dem Direktor Bescheid, dass wir sein Haustier gefunden haben. Er müsste sich auf dem Platz vor dem Tempel befinden. Sehr schön. Alles klar. Haben wir das also auch noch gemeistert? Zelda ist sicher auch dort. Also beeil dich. Ja, Zelda, meine Freundin. Also sie scheint hier etwas näher am Volk zu sein. Vielleicht ist sie ja gar keine Prinzessin. Oder ist das hier im Wolkenreich Krams einfach nicht ganz so strikt? Tja, das wissen wir natürlich noch nicht. Tja, das wissen wir natürlich noch nicht. Wir speichern hier erstmal ein. Speichern. Speichervergang. Flimp. Erfolgreich. Ja, speichern kann ich wie ein großer, oder? Ähm. Was willst du so? Ist das Elvis? Hallo Elvis. Oh. Oh, macht er auch. Morgen, Jurex. Hast du dich gut ausgeruht? Tja, ich schätze mal, du hast wegen der Vogelreiter-Zeremonie kein Auge zugekriegt, was? Wie? Ich? Ich repariere diese Tür. Ach, das ist ein Handwerker. Sie knarrt nämlich und heute ist doch der Tag der heiligen Zeremonie, oder? Bis dahin wollte ich fertig sein. Na, da kann man nichts machen. Und du? Hast du nach dem Aufstehen auch fleißig zu Göttern gebetet? Wenn du dich dieser Statue zuwendest und betest, wird alles, was du bisher getan hast, gespeichert. Statuen wie diese gibt es überall im Wolkenhort. Wenn du eine findest, solltest du deine Ehrerbietung mit einem kleinen Gebet erweisen. Verlasse dich auf die Göttern. Ja, hab ich ja schon getan. Was ist denn das hier? Huch! Du hast eine Ausdauerfrucht erhalten. Diese geheimnisvolle Frucht stellt deine Ausdauer wieder komplett her. Cool! Scheint einer der Verbrauchsgegenstände zu sein. Moment mal, kann ich auch irgendwo auch in... Muss ich jetzt immer hier in dieses Ding gehen, um ins Inventar zu kommen? Ne, aber hier wird es nicht angezeigt. Ich glaube, ich habe ein anderes Inventar. Vermutlich ist das Minus. Aber ich kann es bisher noch nicht benutzen. Also hier kommen wir noch nicht durch. Ich würde sagen, weil es der Anfangspart ist und ich bis jetzt eine Steuerung gezeigt habe, hänge ich noch ein paar Minütchen dran. Sonst gehe ich aber wieder auf die typischen 30 Minuten zu. So. Oh, ich glaube, da ist Zelda. Die hat ja am Anfang gesungen. Also mir gefällt der Start in das Spiel sehr gut, muss ich sagen. Gerade diese epische Anfangsgeschichte, die wir... Oh, ach, ich kann davon mehrere... Ah, das habe ich nicht im Inventar, sondern es heilt mich einfach sofort. Diese epische Anfangsgeschichte mit dem Krieg der Göttin gegen das Böse. Und wir haben erfahren, dass die Göttin auch noch von den Urahnen abstammt und da schon die Macht übernommen hat. Das hat mir auch so von der musikalischen Untermalung sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Aber jetzt erstmal zur Zelda. Hallo Zelda! Ein Jüngling, geleitet von der Göttin, wird Himmel und Erde verbinden und das Licht bringen. Sie singt gut und gerne und... Oh, sie ist... Guten Morgen, Kurex! Und sie ist offenbar sehr freundlich. Hallo, du Liebe. Wollen wir gespuddeln? Hat dich meinen Wolkenvogel etwa aufgeweckt, Kurex? Unsere Verabredung. Hattest du sie vergessen? Seh doch, mein Kleid und dieses Instrument. Damit werde ich bei der Vogelreiterzeremonie die Göttin verkörpern. Oha, du hast es aber vor. Alter. Toll, oder? Vor allem das Instrument. Man sagt, dass schon die legendäre Göttin so eins spielte. Sein Klang ist unvergleichlich. Ich muss sagen, ich mag diese Art von Zelda. Nicht ganz so königlich, nicht ganz so distanziert, nicht ganz so super edel, sondern eher so ein kleines bisschen... Auf die Hochfüllung. Oh ja, geil. Vater hat mir gesagt, dass man es Lyra nennt. Und wie findest du mein Gewand? Den Schal dazu habe ich selbst gewebt. Vielleicht ein kleines bisschen zu mädchenhaft, aber ich will mal nicht sagen. Mit diesem Gewand und der Lyra verkörpere ich die Göttin. Ich wollte, dass du mich so siehst, Kurex. Oho. Das steht mir doch, oder? Klar doch, auf jeden Fall. Hm. Ey, warum habe ich zwei negative und eine positive Antwort? Na klar steht dir das. Die ist so freundlich. Meinst du das ernst? Vielen Dank, Kurex. Zelda, bist du schon fertig mit den Vorbereitungen? Oh, Vater. Kurex ist ja auch schon da. Wunderbar. Oh, der ist ein prächtiger Kerl. Stattlich, würde ich sagen. Stattlich ist das richtige Wort für ihn. Selbst du alter Langschläfer hast es heute geschafft. Pünktlich aufzustehen. Falls du bei der Vogelreiterzeremonie heute gewinnst, darfst du den Rest der Zeremonie gemeinsam mit Zelda abhalten. Privat. In ihrem Zimmer. Also streng dich an. Wo wir von Anstrengungen reden. Ja, da habe ich ihn wirklich. Hör mal, Vater. Kurex hat in letzter Zeit... Nun, er hat nicht wirklich viel für die Zeremonie geübt. Auch als er geflogen ist, hat er sich nicht wirklich angestrengt. Wenn er jetzt nicht sofort etwas macht, wird er ganz sicher verlieren. Ruhig, ruhig. Reg dich nicht so auf, Liebes. Die Vogelreiterzeremonie prüft neben der Geschicklichkeit auch das Band zwischen Mensch und Tier. Es ist nicht einfach, sie zu gewinnen. Sicherlich ist Kurex nicht gerade der fleißigste Schüler. Ihr könnt euch bereits seit frühester Kindheit also weißt, auch du, Kurex und sein Wolkenvogel, haben eine besondere Beziehung. Jeder Bewohner des Wolkenhorts hat seinen eigenen Vögler. Es ist die Göttin selbst, die jeden von uns seinen Schutzvogel zur Seite stellt. Denn das ist die Aufgabe der Wolkenvögler. Jeder von uns trifft in jungen Jahren hier vor der Statue der Götte mit seinem Vogel zusammen. Natürlich war das auch bei euch so. Ach, danke, dass du das so informativ von dir gibst. Das wussten die zwei bestimmt noch nicht. Der Wolkenvogel, der Kurex zur Seite gestellt wurde, ist besonders. Er ist kaminrot, so selten, dass wir seine Art für ausgestorben hielten. Kurex, du bist mit deinem Wolkenvogel schicksalhaft verbunden. Ja, das wusste ich. Erinnerst du dich, Liebes? Damals, gleich als Kurex und sein Wolkenvögler sich trafen. Sie schwebten durch die Lüfte, als würden sie sich schon seit Ewigkeiten kennen. Ganz ohne Übung. Mühelos. Ich weiß noch genau, wie eifersüchtig du damals warst. Stört ihn gar nicht. Es ist ja auch kein Wunder, dass man Kurex um seine Beziehung zu seinem Wolkenvögler beneidet. Wieso, ist das ein Weibchen? Die Menschen haben den Hang, all denen, die irgendwie besonders sind, mit Missgunst zu begegnen. Schläuft's. Du nimmst das zu... Oh, du nimmst das zu leicht, Vater. Du weißt doch, dass die Vogelreiterzeremonie auch eine Prüfung der Ritterschule ist. Wer sich bei der Vogelreiterzeremonie nicht richtig anstrengt, wird keine guten Noten erhalten. Und im schlimmsten Fall wird Kurex... Wird er kein Ritter werden. Oh, das wäre aber traurig. Ist ja schon gut, Liebes. Jetzt reg dich doch nicht so sehr auf. Immer wenn es um Kurex geht, bist du so... Verliebt. Kurex, komm schon, lass uns üben gehen. Zumindest ein wenig. Jetzt komm schon, hierher. Was machst du denn? Oh, ich mag diese Zelda wirklich sehr gern. Ist mir sehr sympathisch. Auf geht's! Spring von der Plattform und rufe deinen Wolkenvogel. So wie immer. Die Zeremonie wird bald beginnen. Da musst du in Form sein. Wie? Was sagst du da? Gar nichts, habe ich gesagt. Du kannst deinen Wolkenvogel nicht spüren? Sag doch sowas nicht. Du willst dich doch nur wieder drücken. Jetzt komm schon, du musst etwas üben. Tu es für mich. Bis gleich. Oh, schade, dass ich nicht spüre. Pff, tot. Kurex, du musst nach unten drücken, um deinen Wolkenvogel zu rufen. Na gut, machen wir. Ich drücke schon nach unten, aber er kommt nicht. Hm. Hä? Hm. Wie? Er kommt... Er kommt nicht. Nein! Pjong! Oh, Ira ist blau. Das finde ich eigentlich viel schöner als rot. Kaminrot, wer braucht denn sowas? Kurex, ich hab dich! Ja, das war ja eine tolle Aktion. Geht es euch gut? Oh, der Vogel, er ist ganz schön angestrengt. Er kann offenbar normalerweise nicht mehr als einen tragen. Tut mir leid. Ich hätte dir nicht so viel zumuten dürfen. Geht es dir gut? Mit wem redet die jetzt? Mit dem Vogel oder mit mir? Ich frage mich, was mit deinem Wolkenvogel los ist. Dass ein Wolkenvogel dem Ruf seines Herren nicht folgt. Kannst du deinen Wolkenvogel noch immer nicht fühlen, Kurex? Die Vogelreiterzeremonie wird gleich beginnen. Was machen wir jetzt nur? Kurex, du hast also vorhin die Wahrheit gesagt. Es tut mir leid. Ich muss mich nun erst einmal um einen Vogel kümmern. Du solltest in der Zwischenzeit nach deinem Wolkenvogel suchen. Oh oh, die Zeremonie geht los. Scheiße, scheiße! Und ich hab keinen Vögler. Oh, es ist schon so spät. Die Vogelreiterzeremonie wird dieses Jahr von Meister Tütor organisiert. Kurex, kannst du bitte zu Tütor gehen und dich mit ihm beratschlagen? Okay, machen wir. Vater, selbst wenn er zu Meister Tütor geht, wird der sich doch an den Schuldirektor wenden. Und das bist du. Hm, da magst du recht haben. Du bist wahrlich meine Tochter. So schlau, so schlau. Da hat er selbst nicht dran gedacht, was er vom Beruf ist. Dann werde eben ich mit ihm reden. Kurex, sag doch bitte Tütor, dass er in mein Büro kommen soll. Oh Mann. Alles klar, na gut. Aber wenn er der Direktor ist, dann kann er doch auch die Noten fälschen. Oh Mann, das scheint auch alles überhaupt kein Problem zu sein. Ein bisschen Vetternwirtschaft und die Sache ist geritzt. Na gut. Wir sollten Meister Tütor von dieser Sache berichten, Kurex. Sag ihm, dass er in mein Zimmer kommen soll. Außerdem solltest du vielleicht die anderen Schüler nach deinem Wolkenvogel fragen. Sie dürften alle auf dem Vogelflad sein. Na gut, alles klar. Vögler, rede mit mir. Ich komme, sobald sich mein Vogel ein wenig ausgeruhrt hat, Kurex. Frag doch mal die anderen, ob sie nicht etwas über deinen Wolkenvogel wissen. Okay, das ist also meine nächste Aufgabe. Ich werde jetzt noch gleich... Na, obwohl ich kann sogar auf Screen speichern. Dann wird der Part nicht so lang. Also ich muss sagen, es ist ein schöner Einstieg. Schön hell, schön positiv von der Stimmung her. Und die beiden Charaktere, die ich bis jetzt kenne... Oh, zentrieren. Sind mir wirklich sehr sympathisch. Also, sowohl Zeldas Vater als auch Zelda selbst. Mit denen rede ich gerne. Zelda hat endlich mal ein bisschen Leben bekommen. Das finde ich super. Wow. Also endlich kann sie mal mehr als nur dastehen und sich entführen lassen. Kann ja sein, dass das noch passiert. Das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt, finde ich, einen sehr angenehmen Charakter, mit dem man gerne kommuniziert. Das gefällt mir sehr gut, liebe Leute. Jetzt erstmal würde ich aber sagen, der Part soll für heute beendet sein. Ich würde ganz gerne noch direkt etwas weiterspielen für euch, damit ihr noch so ein bisschen mehr vom eigentlichen Spiel seht. Aber ihr wisst ja, wie das mit Zelda-Spielen so ist. Der Einstieg ist oft so ein kleines bisschen langsamer und dann geht es später richtig zur Sache. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Lust auf dieses Let's Play. Ich habe auf jeden Fall Lust darauf. Ich würde euch gerne winken, aber ich habe leider viel zu kurze Arme. Deswegen kann ich nur sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.